Herzlich willkommen im Deutschen Damast- und Frottiermuseum in Kuschöner, in der Schatzkammer der Damaste. Unser Datensatz besteht aus 19 handgewebten Damasten. Das sind detailreich gemusterte Bildgewebe, die vom 17. bis 19. Jahrhundert hier im Ort hergestellt wurden. Genauer gesagt, der älteste hier ausgestellte wurde 1666 und der jüngste 1878 gefertigt. Sie fanden Verwendung als Tisch- und Tafelwäsche, in Kirchen als Altartücher und als Gedenktücher zu speziellen Anlässen. Damaste wurden in Handarbeit an bereits programmierbaren Handgebstühlen erzeugt. Die Programmierung erfolgte zuerst von dem Schnurenzugsystem und wurde dann durch Lochkarten abgelöst, die den Grundstein für die heutige Informationstechnologie gelegten. Wir hoffen, Euer Interesse geweckt zu haben, sich mit unserem Datensatz auseinanderzusetzen und sind gespannt auf Eure Ideen. Und dann, wir hoffen, wir hoffen, wir hoffen, wir hoffen, wir hoffen. Wir hoffen, wir hoffen, wir hoffen.